Was gab es so gesehen und so willkommen zum kleinen Komponenten um hinterher sich zählen als Gameplay auf dem PC wo 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 so gespielt auf dem PC was da los, was da los was da los mit dem Weiband hat man ein Spiel vom Papi so die Geschenke gekriegt kann man die Geschichte erzählen wie es dazu gekommen ist es mir schenkt also wir haben einmal COD4 auf dem PC gezogen wir haben uns runtergeladen gekriegt oder so und dann ja hat er mal gesagt er hat irgendwie Bock auf Black Ops 2 auf dem PC dann habe ich ihn gekauft aber er wollte ja immer mit mir spielen und sowas und dann habe ich ihm gesagt ich kaufe es mir sicher nicht dann habe ich ihm gesagt kaufe es mir doch zum Geburtstag weil ich habe bald Geburtstag am 26. und ja so nächsten Tag kommt er so an ruft er mich an und dann sagt er so ja ich bin gerade im Mediamarkt und habe die Black Ops 2 gekauft und dann habe ich so fuck ja und mir gedacht oh mein Gott bitch please die bitch please er hat mir ein Spiel gekauft und dann ja haben wir ein bisschen gezockt und ja das war eigentlich alleine solo war irgendwie jetzt um zwei Uhr morgens oder so mit dem SMC gespielt mit äh nicht fast mit Magazinerweiterung und Ding äh Schalldämpfer halt gucke sich ja fest und so die Standard-Train-Perks und sowas ähm ich habe ja Drohne Tane Lodster gespielt und dann den habe ich zweimal erreicht ja und ja die hat mich eigentlich aimbot der bestimmte Typ hat mich reportet und ja ich habe Angst dass ich mich geballt werde ähm ging eigentlich PC macht so ein Spaß ich spiele jetzt seit eineinhalb Tagen PC und das geht eigentlich schon ab 8 schon Bock ein bisschen aber heute so um 8, 7 wo hat irgendwie überhaupt kein Spaß gemacht ich bin nur verrückt und ja eigentlich voll kann ich noch sagen ja PC das geil ist PC dass die Waffe so weit weg ist das ist einfach nur geil das finde ich einfach nur hammer mega sexy und alles ja und ja eigentlich jetzt ähm das von kommentiert vorbei ich probiere nächstes längere zu machen dann zu ihm ein richtiges thema wie beim m2 remake und dann ja jetzt unterlege ich mal mit Musik und dann bis zum nächsten kommentiert wird und so ein like und so wäre es geil und yo tschau Leute euer Soki mit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020